Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings gibt mir nach all den Jahren mal wieder die Gelegenheit, den wunderbaren Tony Leung auf Großleinwand zu sehen, was nie aufgehört hat, ein Erlebnis zu sein, seit er in The Mood for Love war. Im Casten von großen Namen als Nebencharaktere war das MCU schon immer eine Bank, und das macht sich auch hier mehr als bezahlt, ist die emotionale Involvierung in den entscheidenden Vater-Sohn-Konflikt, doch vor allem davon abhängig, inwieweit wir nicht nur die Motivation des edelmütigen Sohnes verstehen, sondern auch die seines tyrannischen Vaters. Leung gibt eben diesen Schurken konsequent als Helden seiner eigenen Geschichte, schenkt ihm Nuancen und empathische Intelligenz, was ihn unterm Strich, wo nicht zum Besten, so doch zu einem der tiefgründigsten Beddies, das in dieser Hinsicht nicht immer vom Glück gesegneten Franchises macht. Wie schon bei Black Widow erdet so ein narrativ durchaus gut ergründetes Familiendrama einen Film, dessen letzter Akt die Gesetze von Physik und Logik fröhlich über Bord wirft. Shang-Chi geht hier weiter als alle vorangegangenen MCU-Filme und entfesselt ein CGI-Feuerwerk, welches sich in einer Welt austobt, die nun endgültig die Pfade der Sci-Fi verlassen hat und nun voll und ganz und absolut unapologetisch Fantasy ist. Wie ein CGI-Welt statt, bei welcher selbst ein Linienbus nicht einfach Linienbus bleiben darf, sondern immer wieder durch geh zu überzeugende Bilder aus dem Computer ersetzt wird. Wenn eine Szene mit eindeutigen Speed-Anspielungen aufgrund des Fehlens jeglicher Haptik mehr Lust auf den Jahrzehnte zurückliegenden Vorgänger als aufs Weiterschauen weckt, stimmt einfach etwas nicht. Ebenso wie wenn ein Abgrund derart glatt gerendert wurde, dass ich ein schönes, fotorealistisches Bild sehe, ohne jegliche Form von Schwindel zu erleben. Es ist wahrscheinlich unfair, gerade diesen Film heranzuziehen für ein Problem, welches ich schon seit längerer Zeit mit dem MCU habe, aber irgendwann muss es halt mal raus. Die Effekte werden nach meinem subjektiven Erleben über die Jahre sukzessive schlechter, schludriger und immer weniger an eine Anbindung an die Realität interessiert, was mich dann eben immer mehr aus dem Film wirft. Dass der übermäßige und dann halt auch nicht immer gekonnte Einsatz von CGI wahrscheinlich auch daher rührt, dass das entsprechende Department anders als Ausstattung und Maske schlicht keine Gewerkschaft hat, stößt dabei noch saurer auf, ist doch langsam aber sicher ein Muster der Knausrigkeit beim Mauskonzern erkennbar, welches im Streit mit Scarlett Johansson seinen prominenten Anfang in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit fand, aber natürlich schon viel länger sichtbar für alle ist, die hinsehen mögen. Vielleicht stören mich die lieblosen PC-Effekte bei diesem Werk auch deswegen mehr als bei den letzten MCU-Filmen, weil der Rest mit so viel Herzblut gemacht wurde. Shang-Chi ist sichtlich stolz darauf, der erste MCU-Film mit fast ausschließlich asiatischem Cast zu sein und borgt seine schönsten Momente dann auch aus den besten Werken dieses Kulturkreises. Vor allem die Crouching Tiger-Hidden-Dragon-Sequenzen begeistern mich auch Tage nach der Sichtung. Und auch sonst gibt es viel zu mögen, nicht zuletzt beim Ensemble. Simu Liu ist kämpferisch eine Wucht und spielerisch sehr sympathisch. Ork Wafina, ein wunderbarer Sidekick, bringt sie die obligatorischen Pointen doch ebenso punktgenau und furztrocken, wie sie die ernsten Momente durch ihr sehr empathisches Spiel veredelt. Und das Cameo einer bestimmten Figur, welches hier nicht gespoilert werden soll, ist das wohl nachvollziehbarste, lustigste seit sehr langer Zeit. Wahrscheinlich liegt es an mir, und es ist im Grunde mein Problem, dass ich mich langsam satt gesehen habe an der MCU-Formel, deren Redundanz in meinen Augen auch nicht dadurch verborgen werden kann, dass das Genre latent modifiziert wird. Shang-Chi bleibt bei allem, was er Neues probiert, unterm Strich halt die immer gleiche Superheldenreise. Immerhin, er ist eine der Besten, die ich zuletzt sah, und wenn Shang-Chi II es dann dereinst gar machen sollte wie seinerzeit der Winter Soldier und die Ketten der Formelhaftigkeit sprengte und wirkliches Neuland anstrebte, hätte er jetzt schon vor und hinter der Kamera tolle Leute, um was richtig Gutes zu kreieren. Die Ketten der Ketten der Ketten der Ketten der Ketten